Hey, wir haben wichtige Neuigkeiten für Atlassian Server und Data Center Culture. Atlassian hat bekannt gegeben, dass es ab dem 15. Februar 2023 eine Preiserhöhung für die On-Premise-Produkte geben wird. Die Lizenzpreise der Serverprodukte im Advantage-Plan steigen um 15 bzw. 25%. Die Listenpreise der Serverprodukte erhöhen sich um bis zu 15%. Bei den Data Center-Produkten bezieht sich die Erhöhung nur auf den Advantage-Plan. Hier wird es einen Preisaufschlag in Höhe von 15% geben. Jetzt ist also die beste Zeit, um über eine Migration in die Atlassian Cloud nachzudenken. Melde dich bei uns und schau auf unserer Webseite, wenn du mehr erfahren möchtest.